Ein Missverständnis, mit dem einige Studieninteressierte zu uns kommen, ist die Überlegung, dass es hier auch um die praktische Kunst gehen würde, also darum selber zu zeichnen, zu malen, Kunstwerke oder Bilder zu erstellen. Das ist nicht der Fall. Es ist zwar durchaus nicht schlecht, wenn man zeichnen kann, wenn man gut fotografieren kann, es ist aber nicht etwas, was man bei uns im Studiengang lernt oder was man auch unbedingt können müsste. Bei uns geht es um andere Fertigkeiten. Bei uns lernt man zu sehen, zu denken und zu schreiben und sich darüber verständlich zu machen, was es mit Bildern und mit Kunst auf sich hat. Damit berührt sich unser Fach zwar ein bisschen auch mit der Kunstpädagogik, die ja auch in Bielefeld gelehrt wird, aber wir machen es eben nicht primär für den Schulunterricht, sondern für andere Berufsfelder, in denen klassischerweise die Kunsthistoriker aktiv sind. Und was man dazu braucht, ist eben ein genaues Betrachten, ein genaues Anschauen von Kunstwerken und von Bildern und von Artefakten, eine genaue Analyse, die zum Beispiel nicht nur dabei stehen bleibt, was ich im Bild sehe, sondern insbesondere auch berücksichtigt, wie das Bild gemacht ist. Darüber hinaus muss ich eben eine Bereitschaft und eine Neugier mitbringen, darüber nachzudenken und zwar in einer Form nachzudenken, die das, was ich an einzelnen Bildern und Werken sehe, auch in Bezug setzt zu übergreifenden Fragen. Und im Dritten geht es eben auch darum, sich darüber verständlich zu machen und das heißt insbesondere auch schreiben zu lernen. Das ist nämlich eine keinesfalls triviale Aufgabe über visuelle Dinge, über Bilder und über Kunstwerke, die ja nun nicht selber textförmig sind, sich in Texten zu äußern. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir auch im Studiengang ernsthaft behandeln.